Die MIG 45 hat einen Vierzylinder-Turbo-Dieselmotor mit 45 PS Leistung. Die Maschine gibt es serienmäßig mit Allradantrieb. Die Knicklenkung ist symmetrisch, dadurch habe ich eine hundertprozentige Spurtreue. Die Kabine bietet eine sehr gute Rundumsicht. Mit der MIG 45 arbeite ich sehr gerne, weil sie einfach professionell ist. Das Fahrzeug schafft auch extreme Steigungen. Die MIG 45 gibt es mit mechanischer Steuerung oder mit Joystick. Die Traktionskontrolle ist permanent aktiv, also immer wenn man sie braucht. Auf die MIG 45 kann ich mich hundertprozentig verlassen. Die MIG 45 kann ich mich hundertprozentig verlassen. Die MIG 45 wird dahin, also immer mehr in der MIG 40 ist. Die MIG 45 kann ich mich hundertprozentig verlassen. Die MIG 45 kann ich mich hundertprozentig verlassen.